Ey, warte. Was höre ich gerade? PNL, Mira. Dann finde ich krass, der neue Freetrack von KMN-Gang finde ich geil. Yalla, geh aus dem Weg. Ich weiß aber nicht, wie der Song heißt. Und ansonsten Palmen aus Plastika-Album noch immer. Ganz ehrlich, ich höre selber sowas. Was höre ich gerade? Also jetzt in den letzten sonnigen Tagen hat mich geflasht Hannibal und Nemo, Vanilla Sky, richtig guter Track. Gute Laune-Track so.